Hallo zusammen, ich bin Stefania. Aufgewachsen bin ich in der Schweiz und in Brasilien. Ich mache KV-Ausbildung bei der KPMG. Seit ich denken kann, wollte ich etwas Unternehmerisches in einem internationalen Umfeld machen, so eine richtige Businessfrau werden. Schon nach meinem Schnuppertag war ich mir sicher, dass ich die Lehre bei der KPMG machen werde. Die KPMG hat sich von Anfang an mich bemüht und Interesse an mir als Person zeigt und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Wir bietet das KV in zwei verschiedenen Fachrichtungen an. Ich habe mich für die Richtung Dienstleistung und Administration entschieden. Mein Aufgabenbereich ist mega vielfältig. Alle sechs Monate wechseln ich die Abteilung, wodurch ich einen unfassenden Einblick in die ganze Unternehmung bekomme. Während meiner Lehre organisiere ich Events und Weiterbildungsmöglichkeiten, bei der Rekrutierung unterstützen, bei Auswertungen in der Wirtschaftsprüfung mithelfen und bin für das Backoffice zuständig. Ich durfte schon seit meinem Start viel Verantwortung übernehmen, was mich unglaublich antreibt und motiviert. Mein Highlight bis jetzt war die HR-Abteilung, da ich dort mit vielen ganz unterschiedlichen Mitarbeitern zu tun hatte und ein Verständnis für die Zusammenhänge im Betrieb bekommen habe. Die zweite KV-Fachrichtung, die wir anbieten, ist Treuhand. Dort ist der kaufmännische Fokus auf Kreditoren, Debitoren und Finanzbuchhaltung. Wer zahlen liebt, ist das sicher genau richtig. Auch dort dürfen wir Lehrende sehr früh Verantwortung übernehmen. Eine grosse Eigenständigkeit und sich selber organisieren können, ist neben dem strukturierten Arbeiten key. Zudem bekommt man im zweiten Lehrjahr die Gelegenheit in der Abteilung Mehrwertsteuer zu arbeiten. Daher stellt man Mehrwertsteuerabrechnungen, hilft bei der Beratung aus und wird bei vielen verschiedenen Projekten mit einbezogen. In unserer lernenden Community haben wir einen mega guten Zusammenhalt und das haben wir vor allem am Anfang der Lehre mega weitergeholfen. Wenn dir das auch so wichtig ist, dann bewirb dich bei uns.